Hey und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es dann wieder ein Gadget Video und ihr habt die Möglichkeit richtig viel abzustauben, denn es gibt ordentlich was zu gewinnen. Also, let's go! Starten wir gleich mit den ersten beiden Produkten. Hierbei handelt es sich um Ine-Kopfhörer aus dem Hause Ludors. Einmal habe ich hier das Modell Ultra und das Modell Claymore. Wie die sich unterscheiden, das schauen wir uns jetzt einmal an. Zum einen gibt es von beiden Modellen unterschiedliche Farbvarianten. Ich habe in meinem Fall jetzt hier eine orangene Version beim Claymore und beim Ultra so eine coole blaue Version. Gefällt mir auf jeden Fall richtig gut. Geliefert werden die Produkte in so einer Alu-Box. Da befinden sich auch noch verschiedene Ohraufsätze. Müsst ihr auf jeden Fall mal ein bisschen auschecken, was für euer Ohr der passende Aufsatz ist. Bei meinem Ohr war es nicht der Standardaufsatz, sondern der etwas kleinere Aufsatz. Der hat da bei mir besser gepasst. Ist natürlich auch wichtig, dass die Ohraufsätze passend sind. So fallen dann die Kopfhörer auch nicht heraus oder fangen an zu drücken. Und in meinem Fall muss ich sagen, war das auf jeden Fall auch über einen längeren Zeitraum sehr angenehm. Die Ohraufsätze sind hier übrigens auch nicht aus Gummi, was ja bei den meisten Indie-Kopfhörern der Fall ist, sondern aus so einem speziellen Schaumstoff. Und ich muss sagen, das ist auf jeden Fall sehr angenehm in Sachen Tragekomfort. Von den Specs und auch vom Sound sind eigentlich beide Kopfhörermodelle weitestgehend gleich gehalten. Also die Specs sind komplett gleich und auch vom Sound muss ich sagen, habe ich hier keine großen Unterschiede feststellen können. Der Sound ist sehr klar und ausgewogen. Allerdings finde ich, könnte der Basson so ein bisschen kräftiger sein. Aber alles in allem finde ich den Sound auf jeden Fall gut aufeinander abgestimmt. Was allerdings aufhört, das ist die Materialwahl. Und zwar haben wir bei den Ultra-Modellen hier einen Aluminiumkörper. Das sieht auf jeden Fall sehr hochwertig aus und macht auch einen robusten Eindruck. Was ganz praktisch ist, beim Ultra-Modell halten die beiden Kopfhörer auch per Magnet zusammen. Wenn man sie also um den Hals trägt oder wenn man sie einfach mal nicht benutzt, dann schlackern die jetzt nicht so in der Gegend umher, sondern halten dann per Magnet zusammen. Ist auch auf jeden Fall eine ganz praktische Sache. Bei den Claymore-Modellen, da ist das Gehäuse aus Kunststoff gehalten, macht aber ebenfalls auch einen robusten Eindruck. Vom Design gefällt mir der Ultra-Kopfhörer aber so ein bisschen besser. Beide Modelle haben ebenfalls auch eine Fernbedienung, über die ihr direkt Anrufe entgegennehmen könnt. Oder natürlich auch die Musik steuern können, also zum nächsten vorherigen Lied und so weiter. Aber natürlich auch euren Sprachassistenten starten können. Kommen wir auch nun schon zum angesprochenen Gewinnspiel. Und zwar hat Ludos mir noch so ein paar weitere Kopfhörer zur Verfügung gestellt. Das ist nur ein Teil davon. Ich zeige da ja noch ein paar weitere. Und zwar wird es insgesamt sieben Gewinner geben. Ich habe hier insgesamt siebenmal das Modell Claymore in, ja, ich glaube, allen möglichen Farbvarianten, die es so auf dem Markt gibt. Und dann kommt noch was dazu. Moment, ich hole das mal eben. Dann gibt es nämlich noch dreimal das Modell Ultra zu gewinnen. Und zwar bekommen die ersten drei von den sieben Gewinnern, die dann per Zufall ausgelost werden, nämlich noch das Modell Ultra. Ist, denke ich mal, auf jeden Fall eine ganz coole Sache. Was müsst ihr jetzt machen, um teilzunehmen? Einfach diesen Kanal abonnieren und dann unter dieses Video einen kreativen Kommentar schreiben. Schreibt zum Beispiel, was hört ihr gerne für Musik? Oder lasst euch einfach so ein paar coole Sätze einfallen. Und dann werden die Gewinner per Zufallsgenerator gezogen. Wie gesagt, die ersten drei gezogenen Gewinnern, die bekommen auch nochmal die Ultras dazu. Und ansonsten wünsche ich euch viel Glück. Alle weiteren Infos zum Gewinnspiel findet ihr unten nochmal in der Videobeschreibung aufgelistet. Auch nochmal zum Nachlesen. Kommen wir nun zum nächsten Gadget. Und das befindet sich in dieser echt coolen Verpackung, muss ich sagen. Hier haben wir nämlich einen Pixel Art Speaker. Ich hatte schon mal einen DiWoom Speaker in der Vergangenheit hier auf dem Kanal vorgestellt. Und hier haben wir jetzt nun den DiWoom Dito. Das Design, das gefällt mir persönlich auf jeden Fall richtig cool. Ist an so einem Rechner, also im Retro-Design angelegt, muss ich sagen, gefällt mir persönlich wirklich sehr, sehr gut. Auf der Vorderseite gibt es noch so ein paar Buttons, so ein paar Tasten, die ebenfalls auch eine Hintergrundbeleuchtung haben. Und dann gibt es noch so einen Regler, da kann man auch noch so ein paar Einstellungen vornehmen, beziehungsweise zwischen verschiedenen Modis hin und her wechseln. Ihr seht schon, das markante ist natürlich das Display. Ich habe hier einfach jetzt mal so ein Programm durchlaufen lassen. Da wird einem zum Beispiel die Uhrzeit angezeigt, dann noch das Wetter, die Temperatur, das Datum. Und ich muss sagen, für den Schreibtisch ist das auf jeden Fall ein echt cooles Gadget. In der App dazu kann man noch wesentlich mehr Designs einstellen, beziehungsweise verschiedene Abläufe einstellen, was hier alles angezeigt werden soll. Ich kann jetzt hier aber auch ein Spiel spielen, zum Beispiel Tetris, finde ich zum Beispiel auf jeden Fall auch eine coole Sache. So kann man einfach zwischendurch mal so ein bisschen eine Runde Tetris spielen. Aber mit das Wichtigste ist natürlich der 10 Watt Bluetooth Speaker. Und zwar kann man das dann einfach mit dem jeweiligen Endgerät direkt verbinden und dann hier rüber Musik hören. Und ich muss sagen, der Sound geht auf jeden Fall auch in Ordnung. So ein bisschen die Höhen haben hier so gefehlt, die können noch ein bisschen kräftiger sein. Aber alles in allem für so ein bisschen für ein Schreibtisch Musik hören und so weiter ist das auf jeden Fall echt eine coole Sache. Und ich denke mal, es ist auf jeden Fall auch eine coole Geschenkidee. Das ist mal was bisschen was Neues, nicht einfach nur so ein Bluetooth Speaker, sondern man hat halt noch diese cool Pixel Art hier drin, wo dann auch verschiedene Animationen durchlaufen. Kann man wie gesagt alles einstellen, was hier durchlaufen soll. Da gibt es auch verschiedene Profile, die man sich da noch runterladen kann in der App. Ist auf jeden Fall echt ein nicest Gadget für einen Schreibtisch. Das nächste Gadget ist ein etwas größeres Gadget. Und zwar handelt es sich hierbei um einen externen USB-C Monitor. Diesen könnt ihr zum Beispiel einfach mit eurem Mac verbinden oder zum Beispiel auch mit der Switch. So kann man unterwegs noch ein bisschen besser zocken. Aber auch natürlich mit anderen Endgeräten. Neben USB-C könnt ihr das Ganze auch über HDMI verbinden. Das Praktische ist, wenn ich das Ganze mit meinem MacBook verbinden möchte, brauche ich einfach nur ein USB-C Kabel. Ich brauche keine extra Stromquelle für den Monitor, sondern ich packe einfach das USB-C Kabel ins MacBook rein und schon wird es als externes Display erkannt und ich kann es auch direkt dann verwenden. Man hat hier ein 13,3 Zoll Display. Was mir allerdings aufgefallen ist, das sind die etwas dickeren Displayränder, gerade im unteren Bereich. Und dann natürlich auch eine Full-HD-Auflösung. Reich wie ich finde, aber auch vollkommen aus. Gerade hier auf 13,3 Zoll finde ich das auf jeden Fall ausreichend. Das war dann hat man hier auch IPS und HDR mit an Bord. Und ich muss sagen, von der Displayqualität an sich bin ich weitestgehend zufrieden. Ich finde es aber etwas zu warm kalibriert. Man kann hier leider in Sachen Displayhelligkeit oder auch der Kalibrierung direkt am Display nichts weiter einstellen. Jedenfalls habe ich dazu jetzt nichts gefunden. Es gibt hier lediglich Buttons zur Lautstärke oder auch zum Eingang, also dass man den Eingang auswählen kann. Aber ich finde es ein bisschen schade. Es könnte ruhig noch so ein bisschen heller sein. Das ist gerade im Vergleich zum MacBook mir aufgefallen, dass das Display hier deutlich, also nicht deutlich, aber schon merkbar dunkler ist als das MacBook-Display. Dennoch finde ich es auf jeden Fall ein ganz praktisches Gadget. Denn es ist einfach so ein bisschen praktischer, zum Beispiel beim Videoschnitt. Oder wenn man jetzt irgendwie viel auf dem Mac macht und vielleicht auch mal ein externes Display braucht, aber jetzt nicht einen riesen Monitor benutzen möchte, sondern auch vielleicht mal unterwegs im Zug oder so oder im Restaurant oder wo man halt auch immer unterwegs mal arbeiten möchte. Da ist es denke ich mal ganz praktisch, wenn man so ein solches externes Display dabei hat. Ansonsten ist es auf jeden Fall ein ganz solides Produkt, zumal man auch den Preis von unter 200 Euro. Ich weiß gar nicht, ich glaube aktuell kostet es 179 oder 189 Euro. Das ist auf jeden Fall ein guter Preis für das Produkt. Wie gesagt, Blickwinkel und die Helligkeit, das hat mich so ein bisschen gestört. Kommen wir nun auch schon zum letzten Gadget und zwar nutze ich das, um mein iPhone aufladen zu können und zwar richtig schnell aufladen zu können. Und zwar gibt es hier einen 30 Watt USB-C Charger von RevPower. Dazu habe ich auch ein passendes USB-C auf Lightning Kabel, ebenfalls von RevPower. 30 Watt hat er wie gesagt, ist jetzt nochmal stärker als der Adapter, der jetzt beim iPhone 11 Pro Max dabei liegt. Und ich finde es auf jeden Fall eine ganz coole Sache, denn so lädt das iPhone nochmal deutlich schneller auf. Beim iPhone 11 Pro Max komme ich in 30 Minuten auf so gut 45 bis vielleicht sogar 50%. In dem Bereich ist es mir so aufgefallen. Das habe ich jetzt gemessen und ich muss sagen, das ist auf jeden Fall ein guter Werk, gerade beim iPhone. Was mir persönlich auch gut gefällt, das ist die Kompaktheit des Steckers. Also man kann ihn wirklich ohne Probleme in der Tasche, im Rucksack oder so dabei haben für unterwegs. Nun sind wir auch schon wieder am Ende des Videos angekommen. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Glück beim Gewinnspiel. Alle weiteren Gewinnspielbedingungen findet ihr unten in der Videobeschreibung. Lasst auf jeden Fall ein Abo da und ein Like für weitere solche Videos. Würde mich auf jeden Fall freuen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.